Hi Leute und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich heute wieder mit... Livia. Hi Leute. Und? Und Maxi. Und ja, was kommt denn heute, Livia? Heute kommt ein neues Update, eine Map-Erweiterung und ein neues Pad. Genau, und soll ich jetzt sagen, was es kommt, oder? Oder eigentlich drei neue Pads. Eigentlich drei neue Pads, genau. Und, oh mein Gott, wer freut sich? Ich freu mich mega. Und, oh mein Gott, 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 wie süß das Update bitte aussieht. Okay, jetzt hört man nur noch mich, weil ich das gerade eingestellt hab. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, ich dachte, man kann sich gerade so teleportieren. Aber kann man leider nicht, deswegen würde ich sagen, okay, sie sind noch drinnen. Deswegen würde ich sagen, wir teleportieren uns jetzt zu den Geschenken. Und, ja, vielleicht sehen wir Livia. Und, ja, ich glaube, die ist schon da. Und, ja, da steht sie schon. Und, ja, wir warten jetzt auf Maxi. Ähm, yes, aber wo ist der denn? Okay, der hat mir gerade gesagt, dass der schon drüben ist. Deswegen, okay, deswegen gehen wir jetzt da hinüber. Und, oh mein Gott, ich freue mich. Ich nehme mein Hoverboard raus. Und, so, und, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ähm, wo geht's rein? Oh mein Gott, Maxi hat mir gerade geschrieben, dass es da reingeht. Und, oh mein Gott, okay. Okay, wir gehen jetzt einfach rein. Und, das ist jetzt eigentlich sozusagen unser neuer Supermarkt. Und, wir kaufen jetzt bald ein Lavendel. Und, oh mein Gott, das sieht richtig schön aus. Richtig altmodisch. Und, ja, mega süß. Ich dachte, da kann man auch rein. Der Wald geht das nicht. Und, ja, ich glaube, wir kaufen jetzt gleich ein Lavendel. Und, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Update so findet. Ich finde es mega schön und mega süß. Und, ich schaue mal nach, ob die Bienen jetzt weg sind. Okay, die sind noch da. Ähm, ja, ähm, oh mein Gott. Warte, ist das eine Höhle? Oh mein Gott, lad die Stella portiert mal zu mir. Ja, bitte, bitte. Oh mein Gott. Okay, Liebe hat sich gerade teleportiert. Mag sie auch. Okay, oh mein Gott. Das sieht so richtig unheimlich aus. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir rennen jetzt nicht mehr so lange. Und, kaufen gleich ein Lavendel. Und, ähm, ja, da kommt, glaube ich, der Marienkiffer dann raus. Und, ja, manche wissen es noch nicht. Es kostet leider Robux. Aber, schon steht ja Adopt Me nichts verdienen, wenn es keine Robux kosten geht. Und, ja. Ähm, okay, ich habe mir jetzt eine gekauft. Okay, ich habe ziemliche Angst. Okay. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Ich finde beide auch süß. Ich finde alle eigentlich süß. Ähm, oh mein Gott. Richtig süß. Sieht richtig aus wie Ladybug. Wie Tiki sozusagen eigentlich. Manche kennen den Film von Ladybug. Die Tiki da. Oh mein Gott, sie sieht richtig cute aus. Ich stelle mir das so vor. Ein mega Neon. Oh mein Gott. Ich mache auf jeden Fall mega Neon. Und ich hoffe, jetzt habe ich Glück und bekomme ein Diamond oder ein Golden. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Ja, es war eine normale. Normale. Nein, normale. Okay. Aber richtig süß. Bald kann ich Neon machen. Ich brauche nur noch zwei. Und sind die eigentlich... Okay, die sind ultra selten. Ähm. Ja. Dann kaufen wir noch eine. Ähm. Okay. 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 Ich bin echt aufgeregt. Okay. Ja. Wie es Maxi schon gesagt hat. Es wird wieder eine normale sein. War ja klar. Ähm. Aber jetzt haben wir einfach schon vier Lady Bugs. Jetzt kann ich Neon machen. Und ja. Schaut mal gerne in die Kommis. Ob ich mir 20, 20, wirklich 20 Lavendel kaufen soll. Und ja. Und die dann euch verschenken soll. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Also schreibt gerne in die Kommis. Wenn ihr das nicht macht, dann kaufe ich nur 10. Also halt 10 Lavendel. Und ähm. Ja. Ich finde das Update richtig, richtig süß. Und es sieht richtig altmodisch aus. Richtig so wie Country mäßig. Ähm. Richtig so wie eine Landschaft. Und ja, Leute. Ähm. Schreibt gerne wie Livia. Hashtag Isis Roblox Welt Army rein. Damit bekommt ihr einen Free Ladybug. Oder ein Free Lavendel. Ihr müsst es einfach reinschreiben. Und ähm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne eine Daumen nach oben. Und das war's eigentlich schon. Ähm. I love you, baby And if it's fine, I don't let I need you, baby